Schau mal, was für ein cooles Video ich gefunden habe. Zwei Räume mit geheimnisvollen Knöpfen. Oh ja, ich liebe diese Challenges. Oh, Mädels, da seid ihr ja. Was? Wir? Ja, es wird Zeit, unsere Challenge zu starten. Oh nein, was passiert denn hier? Ach du, meine Güte. Wie viele verschiedene Knöpfe sind das denn? Ich weiß gar nicht, auf welchen ich drücken soll. Okay, ich probiere einfach den hier. Ah, ich sehe, Lilly, du beginnst. Und als erstes bekommst du Honig. Mh, so appetitlich. Oh ja, ich liebe diesen Geschmack. Na, fang. Oh nein, das ist ja was mega klebriges. Igitt, igitt. Meine schönen Haare. Mh, das ist ja Honig. Schmeckt ganz schön gut. Lecker, gefällt mir. Oh nein, hier kommen die Bienen. Nee, 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 nee. Ich habe damit nichts zu tun. Der Honig ist dort drüben. Dort drüben. Lecker, Schmecker. Hä, was ist da in meinem Mund drin? Eine Biene? Mir ist nicht gut. Lass mich bloß in Ruhe. Ich habe Angst vor Bienen. Puh, ich bin weg. Okay, ich muss mutig sein. Wie auch immer, ich drücke diesen Knopf hier. Aha, für diesen Knopf habe ich was Besonderes vorbereitet. Einen riesigen Hubba-Bubba-Kaugummi. Und darin sind ganz viele Kleine drin. Aua, das hat nicht geklappt. Na, wie auch immer. Bitte sehr. Ah, hier kommt was Hartes. Ich kann nicht verstehen, was das ist. Aua. Ich hoffe, das ist was Nettes. Ah, das ist ja Kaugummi. Mein Lieblings-Kaugummi. Ich liebe die Dinger. Gleich mache ich eine große Kaugummi-Blase. Hä, was ist das denn für ein Ballon? Aber ich weiß, was zu tun ist. Oh, nee. Jetzt ist alles geplatzt. Wegen dir, du blöder Clown. Ugh. Ekliger Kaugummi. Den kannst du zurückhaben. Ene mene Mist. Es krabbelt in der Kiste. Ich nehme mir diesen Knopf. Wobei, nee. Besser den hier. Oho. Das ist mein Lieblings-Knopf. Ich ziehe mir einen Helm an. Nur für den Fall der Fälle. Oh. Also, diesmal bekommst du einen riesigen Eimer mit Maltesers. Hopp. Ich habe das Ding gefangen. Hm, schmeckt voll lecker. Hier kommen deine Leckereien. Es ist schon wieder was Hartes. Gut, dass ich diesen Helm angezogen habe. Ist das ein Erdbeben? Jetzt ist es vorbei. Oh, wow. Ich liebe diese Schokokugeln. Die sind so schön knusprig. Ich will die Adela auf einmal aufessen. Ich liebe Schokolade. Hey, was ist denn? Mann, bist du ein Vielfraß. Du stopfst dir ja richtig den Mund voll wie ein Hamster. Na, warte. Hä? Was passiert denn hier? Wieso schießt du mich ab? Ich gehe da mal besser. Welchen Knopf soll ich denn auswählen? Okay, ich nehme den gelben. Oh nein. Ich glaube, mich erwartet was Schlimmes. Oh nein. Das sind ja riesige Stacheln. Die werden mich gleich erstechen. Ah, eine Nagelpfeile. Wisst ihr was? Ich brauche eine Maniküre. Ah, die kommen immer näher. Ich muss dringend ein Loch in der Wand machen. Schneller, schneller, schneller. Das kann ich schaffen. Puh, es hat geklappt. Ich bin gerettet. Gut gemacht. Oh, jetzt geht's mir besser. Jetzt bin ich dran. Ich wähle diesen Knopf hier. Oh, na endlich. Ich bin nämlich schon eingeschlafen. Na, endlich wird es Zeit für ein paar Puppets. Ich liebe diese Dinger. Die entspannen einen total. Deshalb nehme ich mir ein Stück. Und der Rest geht an dich. Aua, aua. Ah. Das war's. Mh, das ist ja ein Puppet. Voll cool. Dann auch noch so viele davon. Und alle in verschiedenen Formen. Ich habe eine super Idee. Ich nehme mir Kleber. Und damit werde ich jetzt den Design dieses Raums verändern. Ich klebe die Puppets einfach an die Wand. Das war voll die gute Idee, mir ein Puppet rauszuschnappen. Oh, wow. Jetzt habe ich noch mehr kleine, süße Knöpfe. Blum, 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 blum. Blum. Ups. Ich habe aus Versehen auf den großen Knopf gedrückt. Oh, da lässt sich wohl nichts machen. Deshalb bekommst du diesen richtig gesunden Brokkoli-Smoothie. Riecht richtig eklig. Aha, was ist das denn für Schleim? Iget. Dann auch noch diese Farbe und der Geruch. Iget. What? Du tust mir wirklich leid. Gut, dass ich noch diese Anti-Stress-Wende habe. Okay, das war eindeutig zu eklig. Ich gehe jetzt zu Lilly. Hm, welchen Knopf soll ich denn auswählen? Hene, mene, miste, skrabbelt in der Kiste. Ach, den blauen. Ich hoffe, es gibt was Leckeres. Schon wieder hast du Pech gehabt. Du kriegst nämlich Stinke-Käse. Will ich noch nicht immer anfassen. Was ist das denn für ein Geruch? Ich verstehe echt nicht, wieso Leute das essen. Ah, was ist das denn für ein ekelhafter Gestank? Bin ich hier ein Stinktier oder so? Oh, nee. Das ist echt nicht auszuhalten. Ich brauche dringend eine Gasmaske. Ah, jetzt geht es mir besser. Oh, das ist echt nicht auszuhalten. Ich muss dringend hier raus. Hey, bist du hier der Cleverste? Gib mir sofort die Gasmaske. Hey, gib sie mir zurück. Ich brauche sie. Rettet mich. Also, jetzt geht es mir besser. Ich spüre keinen Geruch mehr. So, so, so. Wer kommt als nächstes dran? Ich werde eh nicht erraten, welcher Knopf der beste ist. Aha, du hast den nächsten Knopf gedrückt. Das bedeutet, dass jetzt eine Überraschung auf dich wartet. Hier ist sie. Ein bisschen Mehl. Ganz schön krümelig. Also mach die Augen zu. Na, gefällt es dir? Es schneit ja richtig. Hast du schon weihnachtliche Laune? Ist das etwa Mehl? Äh, äh, tschi. Jetzt habe ich was in der Nase. Wie geht's? Ah. Oh Mann, du wackelst ja richtig. Geht's dir gut? Wirst du schon wieder niesen? Jetzt habe ich auch was abbekommen. Na, wie auch immer. Ich habe genug von dem Mehl. Mal sehen, was in der anderen Kiste los ist. Hm, diesmal drücke ich diesen Knopf hier. Ich hoffe, es wird was Gutes passieren. Aha, ich sehe, du hast deine Entscheidung gefällt. Diesmal bekommst du eine riesige Packung ganz schön scharfer Doritos. Also, ich hasse diese scharfen Dinge. Aber ist ja schließlich Geschmackssache. Bitte sehr. Ah, es regnet Chips. Die fallen mir direkt in die Augen. Ah, jetzt nicht mehr. Probieren wir mal. Hm, mh, schmeckt ganz schön köstlich. Und ich habe ganz schön Hunger. Hm, mh, voll lecker. Ich mag Chips. Ah, irgendwie stimmt hier was nicht. Die sind ganz schön scharf. Oh, oh, Mann. Was ist denn hier los? Ich muss die Kiste schnell schließen. Ah, was ist das denn für ein Flammenwerfer? Ach, du meine Güte. Könnt ihr bitte vorsichtiger sein? Ich bin immer noch am Niesen. Gesundheit, Lilly. Das sieht ganz schön schlimm aus. Oh nein. Jetzt sehe ich aus wie ein Stück Kohle. Du sagst es. Soll ich den Knopf drücken? Oder den vielleicht? Nein, doch nicht. Oder den hier? Na, wie lange soll ich denn noch warten? Drück was. Ist ja gut, ist ja gut. Ich nehme den gelben Knopf. Aha, gelb. Na dann. Du bekommst heute Zitronen. Die sind ganz schön sauer. Na, es geht los. Hä? Das ist ja mega nass und schleimig. Aua. Jetzt reicht's aber. Wann ist es endlich zu Ende? Das war's? Zitronen? Ich probiere sie mal. Mega sauer. Nein, darauf habe ich echt keine Lust. Oh Mann, du Clown. Du bist echt nervig. Wartet mal, ich habe eine Idee. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade daraus. Damit werde ich erst das gesamte Glas füllen. Super, fertig. Jetzt habe ich eine kleine Erfrischung. Was? Limonade? Ich habe auch Lust. Kannst du vielleicht mit mir teilen? Du willst Limonade? Bitte sehr. Oh, vielen Dank. Das ist richtig nett von dir. Oh nein, das ist ja Zitronensaft. Ich sehe, der gefällt dir, oder? Hey, was erlaubst du dir überhaupt? Ich bin total nass. Ja, du hättest mich nicht anlügen sollen. Soll ich jetzt was wählen? Na komm schon, Intuition. Gib mir einen Tipp. Hm, dieser Knopf sieht ganz schön seltsam aus. Ich drücke da rauf. Na, was bekomme ich jetzt? Oh Mann, eine Menge Fäuste. Hier hast du eine Faust. Wow, ich habe einen Snickers bekommen. Ich liebe Snickers. Gleich werde ich den aufessen. Hm, wie lecker. Hm, kann ich also überall was Leckeres bekommen? Gib mal her, gib mal her, gib mal her. Und die letzte Faust. Oh je, das ist ein Ei. Iiiiih, das ist voll eklig. Dabei hat alles so gut angefangen. Jetzt ist mein ganzes Haar schleimig. Habt ihr das gesehen? Die hat ein Ei gegen den Kopf bekommen. Das ist gar nicht lustig. Aber danke für die Snickers. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also dann, tschüssi tschüss. tschüssi 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 e tschüssi tschüssi